Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 194. Folge des Nordsee-Podcasts. Mein Name ist Bärbel Fehning und ich nehme dich hier in diesem Podcast Woche für Woche mit ans Meer. Heute stelle ich dir mal ausnahmsweise keinen Menschen vor, der an der Nordsee zu Hause ist, sondern wir gucken mal kurz zurück, wie lange die Menschen eigentlich schon Urlaub an der Nordsee machen. Das ist ja jetzt so normal, dass man mal eben für ein Wochenende ans Meer fährt oder im Sommer für einen Tagesausflug oder vielleicht auch für einen längeren Urlaub am Meer ist und es genießt, mit den Füßen im Spülsaum zu laufen, Muscheln zu sammeln, Burgen im Sand zu bauen, schwimmen zu gehen, zum Horizont zu blicken, all das, was diese Auszeit am Meer so schön macht. Das fing erst an im 18. Jahrhundert, denn da gab es die Erkenntnis, dass das Meerwasser gesund macht. Und zwar im englischen Brighton. Das schreibt Jan Wittenbrink im Nordsee-Buch. Ein dicker Schmüker mit allen möglichen Fakten über die Nordsee, das ich jetzt euch hier mal ans Herz legen will. Und auf das, was Jan Wittenbrink alles recherchiert hat, beziehe ich mich in dieser Folge ein bisschen und schnack wahrscheinlich auch noch das eine oder andere so mit dazu. Aber wenn ihr das irgendwo an der Küste seht, und ich glaube, das gibt es in allen Buchläden, das ist wirklich ein Werk, wo viele, viele nette und wichtige Informationen drinstehen rund um die Nordsee. Also 1753 hatte der Mediziner Richard Russell die Erkenntnis, dass das Meerwasser gut tut und gesund macht. Und 1753 hat er im englischen Brighton an der Küste des Ärmelkanals eine Praxis eröffnet. Es war eine Praxis zur Heilung von Beschwerden durch Meerwasser. Brighton wurde dann zum ersten Seebad der Welt und das war natürlich dann eine Bewegung, die um die Welt ging. 40 Jahre später kam sie an der Ostsee an, da wurde Doberan und Heiligendamm als Seebad gegründet. Das war das erste deutsche Seebad und vier Jahre später, also 1797, folgte dann Norderney. Und dann folgten ganz schnell 1804 Wangerooge und 1809 Spiekeroog. Was in keinem Seebad fehlen durfte zu der Zeit, auch ein Trend, der von England herüberschwappte, war der Badekarren. Das sind diese Holzkarren, die stehen auf einigen Inseln immer noch auf Wangerooge, stehen sie noch auf Norderney natürlich und auch auf Baltrum. Und diese Badekarren waren Umkleidekabinen sozusagen, also die wohlhabenden Menschen, die sich damals einen Urlaub auf einer Nordseeinsel leisten konnten. Die verschwanden in diesen Badekarren, zogen sich um, wurden dann mit dem Badekarren an die Wasserkante gefahren und durften dann einmal kurz ins Wasser reingehen. Schwimmen konnten die meisten Menschen damals gar nicht, das heißt, sie legten sich ein bisschen ins Wasser. Achtung, 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 nicht zu freizügig, es durfte nicht zu viel Haut zu sehen sein. Also es gab bestimmte Kleidervorschriften und dann nachdem stiegen sie wieder in den Badekarren und wurden wieder an den Strand gezogen. Männlein und Weiblein ganz streng getrennt. Erst im 20. Jahrhundert wurde die Geschlechtertrennung aufgehoben. Man kann das auf Norderney immer noch sehen, da gibt es noch den Damenpfad und den Herrenpfad. Also das war ganz sauber getrennt, dass da ja nichts schief ging am Strand. Uiuiui. Also Seebäder gibt es inzwischen wie Sand am Meer auf der ganzen Welt und allein an der Nordseeküste 38. Und man unterscheidet da noch zwischen Seebädern und Seeheilbädern. Für ein Nordseabad ist die Voraussetzung, dass es sich direkt an der Nordseeküste befindet, also aber auch wirklich direkt. Die Entfernung der Ortsmitte bis zum Strand darf maximal zwei Kilometer betragen. Und auch nur, wenn ein Ort sich direkt am Meer befindet, darf es dort Thalasso-Anwendungen geben. Es muss eine gute Luftqualität sein, es muss mindestens eine badeärztliche Praxis geben. Es muss eine touristische Infrastruktur und Freizeitangebote geben. Und der Ort muss einen Kurcharakter haben, also locker bebaut sein. Und es muss ein gutes Wegenetz geben. Und dafür, dass sich ein Ort dann sogar Nordseeheilbad nennen darf, gibt es noch weitere Kriterien, die erfüllt sein müssen. Also da muss es eben auch typische, natürliche Heilmittel geben. Ich denke, das sind diese Schlickpackungen, die man direkt am Meer in den Nordseeheilbädern bekommt. Da gibt es noch weitere Punkte, die erfüllt sein müssen. Aber auf jeden Fall gibt es entlang der gesamten Küste Nordseeheilbäder, wo mit Meerwasser und mit Schlick gearbeitet wird. Und ja, das tut einfach gut. Was gehört noch mehr zum Nordseeurlaub dazu? Ein Strand. Für die morgendliche Joggingrunde am Strand, für Fitness am Strand, für Yoga mit Meerblick, für endlose Spaziergänge, wo man mit den Füßen im Spülsamen läuft und so schön den Gedanken hinterherhängt. Oder für Ballspiele, für was auch immer. Und Jan Wittenbring hat sich die Mühe gemacht und ein Ranking der Strandlänge erstellt. Also er fängt hier an mit dem Strand von Cuxhaven, der vier Kilometer lang ist, gefolgt von Baltrum. Baltrum hat einen sieben Kilometer langen Strand. Dann kommt Wangerooge. Wangerooge Strand ist zehn Kilometer lang, dicht gefolgt von St. Peter-Ording. Der ist zwölf Kilometer lang, aber schon deutlich breiter. Dann kommt Langeoog. Der Strand von Langeoog ist 14 Kilometer lang. Und 15 Kilometer lang ist der Strand von Föhr, Amrum, Spiekeroog und Norderney. 17 Kilometer kann nur Juist bieten. Was meint ihr, wie lang der Strand von Borkum ist? Ganz schön lang, 26 Kilometer. Und das wird nur noch übertroffen von Sylt. Sylt hat einen 40 Kilometer langen Strand. Welches ist denn dein liebster Strand? Es gibt nur so viele Strände, die jetzt gar keine Erwähnung gefunden haben. Vielleicht hast du einen liebsten Strand. Schreib mir das gerne auf Instagram oder Facebook. Und überhaupt folg mir da auch gerne, um weitere Informationen zu bekommen. Das hier ist eine kurze Folge heute, weil ein anderes Thema sehr kurzfristig, krankheitsbedingt weggebrochen ist. Passiert, passiert nicht häufig, aber so haben wir mal ein bisschen in diesen Nordseeschmöker geguckt und ein bisschen was über die Geschichte des Urlaubs an der Nordsee erfahren. Wo auch immer du bist, pass gut auf dich auf und komm einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer. Tschüss. Das war der Nordsee-Podcast, moderiert und produziert von Bärbel Fienik. Das war der Nordsee-Podcast, moderiert und produziert von Bärbel Fienik.